Liebe Münchner und Münchnerinnen, liebe Vertreter der Migrantischen Organisationen, ich bin Irma-Patricki-Kilukschiene und ich bin vom Verein Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V., Ortsverband München oder verkürzt Litauische Gemeinschaft München. Wir nehmen am 9. November 2022 an der Kooperationsbörse Migrantischer Organisationen im Kulturhaus Milbershofen teil. Dort haben wir einen Stand und wir stellen unseren Verein und unsere Arbeit vor. Kommen Sie ab 18.30 Uhr vorbei und lassen wir uns kennenlernen. Wir freuen uns sehr auf Sie und hoffentlich bis zum 9. November. Hallo, ich bin Mohamed Imran vom Pfarrhang afghanischer Kultur- und Bildungsverein e.V. Wir nehmen am 9. November 2022 auf der Kooperationsbörse Migrantischer Organisationen im Kulturhaus Milbershofen teil. Dort haben wir einen Stand und stellen unseren Verein und unsere Arbeit vor. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vielen Dank. Ich bin Anna Kunti, Working in Projects GOG. Wir warten auf Sie am 9. November in der Kooperationsbörse. Herzlich Willkommen! Hallo zusammen, ich bin Radko Balac vom Verein KUZOKO München. Wir nehmen am 9. November an der Kooperationsbörse Migrantischer Organisationen im Kulturhaus Milbershofen teil. Dort haben wir einen Stand und werden unseren Verein und unsere Arbeit vorstellen. Kommt einfach um 18.30 Uhr vorbei. Wir freuen uns auf euch. Bis dann! Hallo, ich bin Jarmila Buchhofer von der Initiative SIM Slowakisch in München Zvonšek. Wir nehmen am 9. November 2022 auf der Kooperationsbörse Migrantischer Organisationen im Kulturhaus Milbershofen teil. Dort haben wir einen Stand und stellen unsere Arbeit vor. Kommt einfach vorbei ab 18.30 Uhr. Wir freuen uns. Bis bald! Mein Name ist Kazim Ojoye. Warum soll ich in Niterlern nicht geregelt werden? Und so weiter. Do you know that the Nigerian community Bayern has been around since 1979? If you want to know more about the Nigerian community and what we do, see you there. Thank you.